hallo meine lieben freunde ich bin zurück ich habe genug gemäckert über diese ganzen live und freundschaft spiele diese ohne regeln ich will auch mal was positives sagen diese silber spieler ist jetzt der dritte spieler den wir haben einmal war es der wie ist der nochmal ich denke mal an heil hydra aber es ist hydra hydra dann hatten wir murda jetzt haben wir kien alles vernünftige spieler die man bekommen kann mit einfach nur hier drei siege drei siege im live freundschaft spiel silber lounge silber lounge gefällt mir auch silber spieler mit denen du sonst nie spielen würdest spielst du halt gegen andere team das auch mit silber team spielt von daher hat man da auch ganz anderes spiele empfinden als es sonst diese keine regelspiele ihr wisst was ich davon halte aber hier alles vorhanden und wir kriegen diesen tollen super spieler den wir jetzt einsetzen können um weitere aufgaben machen zu können und finde es echt gut also wirklich gut und dann nicht gehen wir davon aus dass jetzt wahrscheinlich sogar ein ganzes team kommen wird also dass das wirklich jede woche kommt weil es war jetzt letzten drei wochen jedenfalls davon aus ich freue mich drüber also das ist wirklich was gutes eine gute erfindung das macht spaß das geht voran die nehmen wir mit kann auch kurz mein team zeigen das ist mein silber team gebauer saustark 92 tempo steilpass und und der ist durch ansonsten ja viele biele fälle gekauft vielleicht einfach für die liegen spcs denke ich mal brauchen werde deswegen habe ich die schon mal da aber das ist echt eine gute erfindung also ea auch mal was positives vielen dank dafür ciao ciao